Im Bekanntenkreis wirken, also das ist mal die unterste Ebene. Auch das geht nur bis zum Wissen, gerade wenn ich merke, da ist jemand völlig vernagelt, muss ich es irgendwann auch lassen. Ich kann mich mit gewissen Dingen verschließen, ich kann gewisse Dinge nicht mitmachen. Ich bin natürlich noch nicht geimpft, ich hoffe, ich halte das lange durch. Ab und zu muss ich halt mal so einen Test machen, wenn es gar nicht anders geht. Aber es ist, da sind wir bei dem Thema moralische Dilemmata. Wenn ich was mache, heutzutage, dann werde ich Nachteile haben. Die Frage ist, dann kann nur jeder Einzelne für sich beantworten, wie viele Nachteile bin ich bereit in Kauf zu nehmen, damit unsere Kinder auch noch eine freie, demokratische und hoffentlich offene Gesellschaft haben.